Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Hornoir Krug zu einer Veranstaltung mit sehr viel Frauenpower. Frauenpower im Hornoir Krug. Klassik trifft Pop, wie ist es am 12. Mai bei einer Muttertagsveranstaltung im Hornoir Krug. Die beiden Forster Sängerinnen Michelle Bönisch und Irina Eppinger hatten sich zusammengetan und ein Programm mit Volksliedern, klassischen Opernarien und Popping-Schlagern erarbeitet. Durch das Programm führte Moderator Andreas Wolf. Doch nicht nur die beiden erfahrenen Sängerinnen standen auf der Bühne, sondern auch Kinder der evangelischen Grundschule Eulow. Im Chor begleiteten die Kinder ihre Vorbilder und sorgten im Publikum, nicht nur bei den anwesenden Familienmitgliedern, für Tränen der Rührung. Wir Kinder malen unsere Welt, malen blau, das Himmel zählt, malen Geld, das Lärm gefällt, mit seinen Gaben. Sonderapplaus gab es für Fabienne aus Großkölzig, die mit Irina Eppinger. Heute fliegt ein Engel durch die Nachtsang. Für die kleine Greta, die mit Michael Bönisch mehr Zeit für Kinder sang, war es sogar der erste große Auftritt auf einer Bühne. Krönende Höhepunkte waren die Duette der beiden Sängerin Irina und Michelle. Klassik trifft Pop. Das Konzept ging voll auf. Und so kam nach der Show durchaus schon mal die Frage auf, wieso es so eine Veranstaltung nicht schon viel früher gab. Manchmal bedarf es eben glücklichen Fügung, zwei so begnadete Sängerinnen zusammenzuführen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann eine Neuauflage. Und wer weiß, vielleicht wird es ja irgendwann ja wiederล